Willkommen zurück zu einer Folge Worms Klammer. Heute noch einen ganz specialigen Ding. Und zwar, wir können Kistenangriff machen. Was macht der denn? Oh, und das ist alles, was wir machen können. Ja, genau, das ist ein Special, was die Community vorgeschlagen hat, was ihr da draußen vorgeschlagen habt. In den Kommentaren. Als Special-Folge. Der Lümmel gibt mir zwei Kisten. Ja, Peter, gib mir! Ja! Ja, da hab ich natürlich nicht gecheckt, bevor ich da runtergesprungen bin, ich Dulli. Egal. Jetzt hab ich zumindest... Ich hab nichts gekriegt, als ob! Ja, hab ich das selber auch nicht. Der kommt von rechts, ne? Ich glaub, der fällt doch immer straight runter, oder? Ja, ist nicht von... Nicht Wind beeinflusst. Ach, du kriegst den nicht, wenn... Oh! Wait, hast du grad auch Health gekriegt, oder hast du die vorher eingesammelt? Ich hab Health vorher eingesammelt, Peter. Ah! Let's go! Okay, ich hab... Geil! Maulwurf! Monty Maulwurf hab ich bekommen! Kann ich hier durchbuddeln? Nein, wir haben wirklich gar nichts! Nee, du hast nix, außer Kistenangriff. Warte mal. Musst du erst ausstatten. Wie kann ich mich denn nochmal bewegen, ohne das Ding? Nein! Was? Du musst halt rechts liegen drücken, damit du dann wieder abwählst! Nein! Ich find ja ganz cool, dass du wieder oben gehst! Ich konnte es nicht abwählen, weil ich nur das eine Item hab! Das ist ja mega dumm! Geil! Gib mir's mal die da! Ey, Bram, oben links, lass uns mal so'n Turm aus Kisten bauen! Oh mein Gott, das wär... WTF, was passiert da? Komm ich da oben? Komm ich da oben? Könnt doch echt... Die Sommer da oben ist natürlich doof! In den Kisten kann halt echt alles sein, ne? Aber oben rechts hast du welche... hast du einen, Bram? Ja, ja, werd ich dann wohl auch machen müssen! Na, wie fallen die jetzt? Ist es so besser oder so besser? Ja, der lässt du eh zu früh los! Die Frage! Wir haben auch keinen Teleporter und so, ne? Natürlich! Na! Nice, kommt die runter! Ja, okay, eine ist bei mir zu... Oh! Hallo! Ach komm, jetzt kann Peter... Wann hast du gekriegt? Ja, Moment, du hast da so'n kleinen... Hast du da so'n kleinen Nippel über dir oder bilde ich mir denn da ein? Ich hab zwei große Nippel, Peter! Ne, das ist Hintergrund, Peter! Das ist Hintergrund! Als ob du ne Wasserbombe bekommen hast! Jo! Das ist höchstbelastend, was da gerade passiert! Nooo! Nice! Peter stirbt! Komm schon! Bitte! Schade! Ich hätte es sehr begrüßt, wenn du da jetzt einfach runtergesloppt wärst ins Wasser! Was hab ich dir denn getan, Bram? Du hast mir zwei Kisten geklaut! Die hab ich dir überhaupt nicht geklaut! Die sind einfach runtergefallen! Ey, guck mal! Wann geht die hier alle ab? Das muss ich ja gar nicht! Das erinnert alles, ey! Ja, geil! Stahlträger, Teleporter, Ninja-Seil... Neuf! Und ne Miene! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ne, Teleporter ist auch ganz... Was?! Ne! Ja doch! Deshalb kam ich da doch nicht hoch! Oh mein Gott! Was hast denn du jetzt gemacht? Ich bin da weggerannt! Ich bin da weggerannt! Aber wieso hast du die denn direkt da hingelegt? Ja, das war ein Fehler! Weil ich dachte, die Kulak da runter! Der hat das nicht gesehen! Ich bin doch hier! Scheiße! Schwarze dunkle braunen nicht als Vordergrund! Was ist das denn für eine Kacke? Ich hab gedacht, der Hintergrund! Nicht unbedingt! Ist random! Nicht unbedingt! Ja, ist doch random, oder? Ja, ja! Ist schon gut gebetet! Ja, ja! Peter, mhm! Warte, Peter, dich reingelegt! Merke ich mir! Reingelegt! Die Wahrheit, die ich gesagt habe! Reingelegt! Mhm! Okay, das wird nicht funktioniert! Das aber schon! Richtig nass! Ohhhh neeeeee! Doch, der ist weg! Der ist weg! Ja! Verdammte Scheiße, Mann! Als wenn du so untergefallen bist! Oh, der ist aber runtergerutscht! Verdammte Scheiße, Mann! Wie fest sitzt der denn da unten? Für mich so, aber... Er hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel, der hat Erfahrung, er sitzt fest im Sattel! Wer ist denn das überhaupt? Der hat sogar einen Kale gemacht, die Sau! Ach, Ed! Ja, der kann da sitzen bleiben! Was soll denn? Der hat mir einfach direkt provokativ die Uzi zieht! Nee! Warte, hast du die Kissen? Ach, dann, ne? Ja, explodiert zumindest das Fass! Ha! Ich geh nicht geschwungen! Ja, das hab ich mir selber damage gemacht! Die Schüsse quasi, du standest da vor mir! Ja, frech! Na ja, wir haben ein bisschen hier Action gemacht! Finde ich eigentlich auch einen ganz witzigen Modus! Du hast jetzt einen Teleporter, oder was? Ich hatte einen Teleporter, ja! Z ist korrekt! Nee, der Kiste ist der einzige, der mit dem angefangen hat! Boring! Was mache ich denn mit dir jetzt hier? Let's go! Kiste schmeißen! Ich, Jane! Wie kriege ich hier unten Kisten hin? Gar nicht! Was soll denn das nicht oben noch irgendwo ein Wurm? Ja, aber das... Links in der Kuhle! Ja! Das ist gut! Oh Gott! Das sieht gut aus! Irgendwann liegen da so viele Kisten drin, dass es sich lohnt in die Minen reinzuspringen! Okay! Da oben, ihr drei gefällt mir gar nicht! Nee, mir auch nicht! Da eine Granate hinkommt, dann ist der einfach Holland! Nee, mir auch nicht! Das ist doch wie so ein Flammenwerfer, oder nicht? Der macht einfach Gift in alle Richtungen! Ich hab grad das selber vergiftet? Nee, ich glaub du hast selber so'n Anzug an! Ah, du hast ne Maske! Okay, ja gut! Die bleibt so lange, bis der... Is! Ah ja! Alles klar! Ja! Da ist noch ne Minen! Schade! Das sind sogar zwei? Hier steh ich ja schon mal scheiße! Mach mal das doch so! In der Hoffnung, dass die alle auf mich drauf fallen! Der eine schon mal nicht! Okay! Drei ist aber ne gute Quote! Ja, aber das hätten auch alle sein können, wenn ich weiter nach links gezielt hätte! Vielleicht wusstest du noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass die so fallen! Ja, fuck yo! Okay, wer ist denn so... Wow! Weißt du, ich wollte hier den Schutz nehmen für deine Inkompetenz! Das klang aber voll ironisch! Kann man immer sagen, Peter, ne? Nein, nein, in dem Fall schon sehr! Ich kenn den Brauch schon lang! Der Händler Wissen müsste das halt ernst gemeint haben! Er hat sich immer noch vertunt! Guck mal, Christian nimmt das hier als... Also leider! Christian! Wird er hingelegt! Jetzt noch... Wie viele Minen hat der Junge halt? Ich wollte auch gerade sagen, wieso habt ihr alle Waffen? Ich hab noch keine einzige! Oh! Durch meine Inkompetenz! Jetzt bin ich out of ammo! Oh! Ja, Sepp! Let's go! Let's go! Let's go! Hm... Ich find's gut, dass du dich jetzt anfängst, drüber nachzudenken! Oh! 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 So! Wie... Wie Asi! Die hab ich nicht getroffen! Boah! Megagut, Alter! Jetzt hab ich mich geschopfen, wa? Ja, 10 damage ist am Ende Aber dafür hast du noch 2 Kisten, dann liegen die Ja, was hab ich denn da jetzt gerade eingesammelt? Äh, weg da Ja, meine Kisten, siehst du, ich hab noch einen Magneten Seh ich gerade Ja, war eine gute Runde Das war ganz schön nice Das ist alles scheiße hier Peter, wir sind da eigentlich relativ Das wird nix Genau, da muss ich links neben den Stellen Und das dann machen Und dann? Dann hast du meinen Schaden gemacht Oh Bist du jetzt extra näher ran? Das ist ja 10 von 10 Das gibt's doch nicht Hallo Wir haben nix gemacht Fick euch gleich alle Ich hab nix gemacht Was heißt hier eigentlich? Außer Christian Und dann Ramm und Peter, ich bin ganz vorne Ganz vorne Wo ist der? Achso, den muss man schmeißen Ja, ne Ja, da muss den steuern Links und rechts Ah, der Esel Ab dafür Ah, stopg ist Okay Weiter nach rechts Yo, Ninjasai Lol, was? Was? Da ist die Zeit abgelaufen Die kriegst du nicht mehr War der Zunge leider vorbei Oh Peter Ich hab keine Waffe bekommen Sondern wieder Magnet Und zwei Ninja Seile Was passiert jetzt? Hahaha Finde ich okay Ach, wieso habt ihr alle Diese Spray Pistole? Alle, also Ja, die wurde bisher nur gegen mich eingesetzt Dieses Mensch War er stark Ja, also tief zu sein ist tatsächlich ja ein Nachteil Weil ich hab nicht so viele Bewegungsmöglichkeiten Ja, das ist richtig, dass das ein Nachteil ist, ja Ist ja immer so Ende Ja Aber wir haben 14 Minuten bis Wasser kommt Ja, aber ewig Wir haben auch ganz viele Würmer Funktioniert das? Also die Zeit ist auch gut Warte Ich hab ja mal ne Frage Geht das? Ich jetzt so mache Wenn der schon fragt, geht das, ne? Und jetzt so machen Was macht er denn jetzt für ne? Na cool, nice Er macht nen Change Na immerhin Habe ich ne Kiste eingenommen Hä, was hast du denn benutzt denn jetzt? Fehlertausch hatte ich, aber ich wusste nicht, was ich damit jetzt tun soll Ich bin jetzt wieder vergiftet, ey Das ist meine Kiste Wieso krieg ich nur so Crap Shit? Ja, weil du meine Kiste genommen hast Ninja Seile, Magneten und so bekommen, wa? Naja, ich kann mich zumindest recht Noch ne Uzi, guck ihn dir an Oh, der hat Gift bekommen Wenn er jetzt nach rechts macht, geht er durch die Wand auf den anderen, oder? Ja, meins, ne? Ne, geht Hat er ja nicht nach rechts gemacht, deswegen wissen wir Ich wollt auch grad sagen, Fehl hat ganz schön lang gebraucht Ja, kann doch sein, dass es nicht durch die Wand geht, also Ach, Ache Hilf mir allein Ist ja Oh, den Mauerwurf, ja Oh, ich hab auch noch einen Mauerwurf, den kann ich ja auch gleich reinwerfen Das ist eine gute Idee, Christian Ich hab sogar die Kiste eingesammelt, aber ich komm mich nicht mehr bewegen Das ist ganz schön, nein, das ist nicht so genau an der Kante Das ist ein bisschen doof, aber Wollt mal, welcher ist dran? Oh no Hier ist keine Mine, ne? Der holt sich die ganze Kiste, ich hätt dir in die Luft gesprüngt Ne Hätt ich überhaupt gekriegt? Mach doch ne Witz Das hat vorhin schon nicht funktioniert Doch für den einen War der, der unten stand, der gestorben ist Worte Schade Oh Peter, schade Ohiii Eingekillt Wie gesagt Ich find das mega scheiße alles Ich find das ok, Peter ist auch auf mich gegangen Peter und Bram sind hier meine Feindbilder Ich bin gleich down und es ist noch nicht mal in der Waschung wieder die Wasserpistole. Ja, stimmt! Ach denn, das stinkt hier. Was hat er denn dazu schmeißen? Ah, Cluster. Ne, Molotov. Oh oh. Scheiße. Das war gar nicht so schlecht. War schon kacke. Sprich doch niemals Wasserpiller, ja? Statt irgendwie irgendwie dazu zu reden. Okay. Na, guck mal. Da liegen die ganzen Kisten doch für dich. Kannst dir auch mal was gönnen. Welche? Da links die. Da links die. Da links die. Dann komm ich dir hin. Du hast doch einen Ninja Rope oder... Ne, hab ich nicht. Dann spring doch da rüber. Kann ich auch nicht. Nein. Du bist aber sehr limitiert bei deinen Möglichkeiten. Nicht mal ein Jetpack, Alter. Ne, hab ich auch nicht. Voll... Was hast du denn, du, Peter? Eine Mine hab ich. Eine Mine. Na, Moin. Eine Mine. Schade. Ich hätt's cool gefunden. Ey, nicht. Das wär witzig. Das wär wirklich lustig gewesen. Welcher ist denn dran? Wenn ich mir das mal merken könnte, dann könnte ich viel besser planen, was ich mache. Das ist immer viel besser, wenn man überrascht ist. Oh, guck mal. Ja, ja. Ihr könnt ihr euch zumindest eure eigenen Würmer nicht merken. Das war echt nicht so schwer, oder? Ja, aber ich hab noch nie probiert. Das ist ein Problem. Das Problem ist, meine stehen so verteilt. Ist doch gut. Du hast halt doch vier. Ja, aber ich... Ja, ja, natürlich. Also das ist doch gut, aber... Wasser jetzt nach rechts. Der nächste. Ich wär jetzt gerne auf jemand anderen gegangen, aber... Ähm... Stinktier läuft einfach nur rum und pupst oder so, ne? Oh, scheiße. Ich hab keine Zeit mehr hier. No time. Ja, Christian. Das ist jetzt... Das öffnet jetzt ein Fass, was du nicht öffnen möchtest. Ich hab halb so viel Schaden bekommen wie du. Er hat es nicht gelohnt. Du musst da aufpassen, Christian. Jetzt hast du den Zorn des Sepp erregt. Aua. Ja, hat er wirklich. Sepp hat nämlich... Nach dem Moment Sepp hatte keiner Bock mehr. Das ist okay. Ich hab bisher auch sehr wenig auf die Schnauze bekommen, muss ich sagen. Was macht denn der Box am Schuh? Knockout. Killt der instant. Killt der instant. Dann sitzt der Wurm, glaub ich. Dann sitzt der Wurm aus. Killt der instant, alter. Schade. Damit wirst du dich selber treffen. Ich glaube auch, ne? Glaube ich nicht. Aber du... Ah, damit nicht. Das passt. Das hab ich gerade auf. Hahaha. Ja, lauf mal. Ja, ne? Ist gut. Das könnte reichen. Guck mal. Ey, der Mensch, der Schaden hat sich voll gelohnt. Äh, tief. Ist du gleich tot. Ey, wenn du nur so'n Schmutz hast auch, ne? Zu viel Fläche auf dieser ganzen Map. Und diese Kiste muss natürlich auf diese einen Spitze spawnen. Mössere Möglichkeiten. Hahaha. 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 Was ist denn das hier für ne Keile zwischen uns beiden? Zwischen uns beiden nicht. Habe ich auch noch. Nochmal? Ach, schade. Ja, push den noch krasser. Push den noch krasser. Push den noch krasser. Weißt du, wie lange die Dinger da jetzt liegen bleiben? Mann, ich muss mal kurz gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Du dran bist, oder? Ja, bis der dran ist. Könnte mit einem geilen Move da hinkommen. Ja, mach das so. Ohhhh. Jetzt gucken wir uns das an. Ach die Scheiße. Ne, das wird nicht funktionieren. Jetzt nach oben, Decke und dann nach unten. Mega. Machste. Schade. Sehr gut. Passt. So. Oh, das war richtig knapp. Aber dann war das doch nicht geschafft. Das war schade. Hör dir die ganze Zeit die Sarkasmus-Stimme da? Ich nicht. Hahaha. Wie kann die Granate neben Sepp explodiert sein und ich kriege keinen Schaden? Ja, hä? Okay. Äh. Ja, das ist jetzt hier alles. Ich kann nix machen. Ich muss mal Kisten gönnen, Christian. Ja, ich muss glaube ich tatsächlich leider Kisten gönnen. Das Problem. Ah. Gehen wir da hin. Und dann, ähm. Das Problem ist, der ist als nächstes dran. Aber dem kann ich keine Kisten, oder? Doch. Aber der nimmt die nicht auf. Ja, der nimmt die halt nicht auf. Ja, aber... Nur der, der dran ist, nimmt die auf. Ja, aber die bleiben doch da liegen, oder nicht? Ja gut, aber da kann ich nicht mehr. Ja, dann explodieren die. Ja, genau. So. Du hast doch schon so einen Tod mitbekommen, oder hast du das schon wieder verdrängt? Nee, das habe ich gar nicht verdrängt. Da ist so einmal quer über den Bildschirm geflogen, wenn ich mich recht entsinne. Na, guck mal, der wäre auch noch so jetzt dran gewesen. Oh mein Gott. Ja, Sepp wollte dich baiten bestimmt. Ja, wollte ich auch. Ich wollte den haben. Nackt im Dunkeln rasiert. Geil. Was war ich denn jetzt hier? Christian, du hast halt geöffnet, ne? Ich wäre mit dir echt cool gewesen. Bla, bla. Wisse, Peter, das ist Sarkasmus. Heiß, heiß. Jetzt hast du die Kiste auch kaputt gemacht. Oh man. Mann ey. So ein Agro-Typ. So ein Anti-Gönner. Ja. Ungönner. Ungönner. Na komm, hier. Die pusteln alle so richtig schön. Boah, da hinten einfach irgendwas hinwerfen, was explodiert. Na guck mal, die drücken, die drücken schon raus, die Kisten. Das ist schon zu voll. Wie so auf dem Kassenband einfach. Das große Lager. Peter, wird es sich wirklich lohnen, da hinzugehen? Was macht ihr? Ja. Geh doch mit dem da hin. Ja. Jetzt schnell rüber. Peter, was willst du da schnell von mir, ja? Ich muss es auch mal wieder gönnen. Du fokussierst mich so hart. Oh, Peter, gönnen Kisten. Das stimmt überhaupt nicht. Also ich fühle mich auf jeden Fall fokussiert. Das ist gut. Das war nice. Scheiße. Ach, wieso fallen die denn alle da hin? Nur zwei Kisten. Ja, die waren auch noch sucky sucky. Wer war denn da drin? Christian hat auch zwei Kisten gekriegt. Falsch sind wir da drin. Ja, mega. Guck mal, da fällt es euch nicht hin. Da habe ich ja schon zwei von. Der kriegt auch nur die guten Items. Ja, weiter geht's. Wird nochmal gegönnt. Was? Das ist doch alles. Der war dran. Der war dran. Als nächstes ist der da oben. Nicht der 182er? Sag ich doch. Nee. Der war doch vorhin dran. Der da oben, Christian. Nicht der 185er. Der ist ja noch mehr. Das ist der am höchsten. Meint der da oben. Geil. Jetzt habe ich Kisten. Ich wollte auch gerade sagen, jetzt wird Fram hier voll gefiedelt. Ja, ist ja nicht so, dass rechts keine sind. Okay, lohnt es sich, Christian, da runter zu springen? Ey, nicht runter zu springen. Versuch doch mal da was hinzuwerfen, Sebastian. Von da aus, wo du bist. Nein. Dann bist du doch auch tot. Ja, ich weiß, aber ich will den Try sehen. Du meinst runter? Hä? Links. Oder wohin? Na, ist egal. Kannst du jetzt mal aufhören, alle Kisten dazu nehmen? Oh Gott. Ja, nimm den Shotgun. Find ich gut. Oh, ballern jetzt. Schön, wie lange du darüber nachgedacht hast. Soll ich das jetzt wirklich tun? Ja, kann ich das tun? Ja, ich habe noch was anderes bekommen, weil ich kurz... Ah, scheiße, aber dann hatte ich zu wenig Zeit, das zu machen. Das wäre so geil gewesen. Warum bin ich eigentlich immer mit den Kackwürmern dran, die anderen Leute schießen? Scheiße, das hätte ich benutzen müssen. Okay. Bram ist hart gefiedelt. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich höre zumindest mal eine Granate. Das ist ja schon mal was. Ja, aber nur die eine Kackgranate. Gibt es eigentlich normale Granaten in den Kisten? Wobei, dann kannst du aber da drüben ganz schön dumm machen. Ja. Einfach meins. Bram geht aber nur auf mich. Deswegen ist das egal. Das ist gut. Oh. Verstehe ich jetzt nicht. 15 Schaden, oder? Und die wird ja nicht zu verstehen. 30, oder? Null. Null. Was? Nichts getroffen hat. Hä? Doch, Peter. Versuch nochmal zwei. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Oh, doch. Jetzt habe ich nichts mehr. Guck mal. Oh mein Gott. Die Kiste explodiert ja. Oh, der hat nen Brenner. Mega. Ich sprich da runter. 2, 2, 1. Warum sprich ich da runter, hätte ich noch verhaben können. Jetzt ist es zu spät. Nee, hätte ich nicht mehr haben können. Die haben ja vorher runtergesprochen. Ja, ich kriege doch dann Damage, wenn ich da runter springe. Ja, aber du bist doch noch dran. Aber du hast zwei Fallschirme, Peter. Ja, das stimmt. Musst du die Kiste hin, die da oben lang? Okay, die ist weg. Ich hab noch genug Zeit, oder? Ah ne, die hat er gekriegt. Oh, mach hinten. Hinten die große Kistendinges, wo Bram und Peter sind. Hallöchen. Machst du das gerade mit der Tastatur? Oh mein Gott. Ja, mach der. Wieso gehst du genau auf meinen 46er, wenn ich mal... Du musst jetzt ganz doll nach oben schießen. Ja, voll durchziehen. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Richtig, richtig voll. Das ist super. Ach nein. Ach komm, Alter. Ich hab prima Schlangenzunge getroffen. Was war denn das für ein... Das war eine Lenkrakete. Ja, aber warum dafür? Ja, weil drei Millionen Kisten da liegen. Ich fühl das. Was? Der nächste, der die bekommen, der hat einfach alles. Ich hab den Tod. Das sieht besser aus. Ich bin tot. Hä? Ist doch genau das passiert. Immer voll wenig Schaden. 149 Schaden hat der gekriegt. Ja ne, ich dachte, Bram kriegt auch Vollfett auf die Fresse. Warum soll ich den jetzt Vollfett auf die Fresse kriegen? Ganz ehrlich, dass wir die Kiste hier holen. Guck mal, jetzt hab ich 300 Leben. Peter hat seinen ersten Wurm verloren, ohne dass die Wasserpistole eingesetzt wurde. Jaja, stimmt allerdings. Scheiße, das hätte ich dafür dann nicht eingesetzt. Ne, ne. Was haben wir da? Einfach rechts übers Meer machen. Ne, ne. Wollen wir noch ganz kurz. Warum soll ich das rechts übers Meer machen? Bist du Spongebob Schwankauf oder was? Oh, das find ich gut. Guck mal, eine für Christian. Ja, mega. Der ist jetzt auch dran da oben. Boring. Da muss aber schon was geiles drin sein. Hallo. Und erst mal ist Peter. Wann haben wir denn noch? Kannst du dich nach links durchbuddeln? Ich hab das Gefühl, dass der Wurm jetzt jedes Mal dran ist. Warte. Oh, guck mal. Ein bisschen da drauf. Nice. Ich weiß nicht, ob er ein Jetpack hat. Nein. Oh, er hat ein Waterpack. Ja. Cool. Boah, guck dir die Blubbel an. Nein, nicht die Kiste. Nein. Oh. Unten sind auch ganz viele Kisten. Er verdient. Stark. Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Stimmt, Christian. Ich hab halt... Schmeiß Kisten. Ich kann... Ja, ich kann entweder... Ich hab nur Rechts-Items. Und ein Stinktier. Ja, Peter. Stinktier. Let's go. Peter, ich hab noch einen Wurm. Ja, aber ich hoffe, er läuft einfach von hier an dir und Sepp vorbei. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hier, go. Ich hab auch. Hä? Das explodiert direkt. Das ist ja mega gut gewesen. Hä? Wieso explodiert wird das direkt? Ich hab... Vielleicht hab ich zu auf der Taste gedrückt. Ja, das könnte sein. Was hab ich denn jetzt? Was ist denn? Das ist belastend. Ich hab jetzt nur noch so einen Stahlschmeißen können. Peter ist da oben direkt dran, ne? Das ist ja doof. Der ist jetzt jede Runde mit dem dran. Oh ja. Das ist richtig Schmutz. Ja. Dann müssen wir uns ein bisschen fieben. Peter ist auf jeden Fall der gefährlichste hier in der Runde. Let's go. Peter hat auch schon ein bisschen Pech gehabt. Boah, guck mal, da kommst du Wassertropfen. Boah, insane. Jetzt hab ich ihn jetzt gekriegt. Einen Stahlträger und was noch? Das ist ja alles dumm. Mhm. So. Nice. Und noch ein Presslufthammer. Mega. Okay. Hä, wieso kann da nicht einfach was Normales drin sein? Also, ne Waffe. Eine Basuka zum Beispiel. Ja, wirklich. Da muss jetzt nicht direkt die Holy drin sein, aber... Was steht denn da jetzt? Wieder ne Lenkrakete. Oh, die Lenkrakete kommt häufiger als ne fucking Basuka. What the fuck? Ach, schade. Ist voll gemein. Wartet, ja. Runterfällt, ja. Pimmel. Runterfällt, ja. Pimmel selber. Die Schlagabklatsche hier wieder. Absolute Meisterklasse. Pimmel selber. LAP's Bescheid für lürische Ergüsse. Hast du den Schofka an? Ich hab mich grad... Du den Schofka. Ich seh das nicht, da ist Wasser vor. Welchen Schofka schießt der Brrrr? Oh, scheiße. Ich hab grad Gefühl, ich hab ein bisschen Leer in meinem Game. Ich hatte... Ja, auch in deinem Kopf, ey. Nee, hier. Er hat noch nicht geschossen, als ich das gesagt hab. Boah, ich war ganz kurz vorm Sterben, als wir damit antworten. Ich war im Trinken gerade. Da ist der Schlagabtausch. Da musste ich da lachen. Was soll das denn jetzt? Pimmel, Alter. Das ist das einzige, was ich machen kann. Stahlträgerbaum. So. Oh Gott, ist das so ungewöhnlich, Alter. Können wir jetzt den Peter von der Insel auch runterholen? Fuck you! Die ganze Folge schafft. Jetzt hör mir auf die Eier. Sepp, das wird doch nix. Das war da links. Jawoll. Jawoll, da. Ja. 107 AP noch. Was machen wir jetzt? Was macht der Mauer wo aus? Achso. Ja, der Mauer ist spitze. Der buddelt sich direkt da unten. Da, wo der Pfeil ist. Das war nicht so ein bestingt hier. Das stimmt hier. Das stimmt hier jetzt auch mega. Das ist richtig gut. Ja, gut. Hier ist bumm. Jawoll. Ja, weiter. Warum? Das weiß ich nicht. Du bist der einzige, den ich angreifen konnte, Peter. Das ist doch eine Lüge. Da stand niemand mehr. Das war echt belastend hier. Oh mein Gott. Das ist ja gerade was zerstört. Da hättest du aber drunter geschreit. Weißt du nicht warum? Oh stimmt, du kannst es nicht durchbuddeln. Lass ihn los. Wieso geht das? Du kannst ihn nicht mal platzieren. Du kannst ihn nicht setzen. Ich finde, du solltest mir oben mal ein paar Kisten geben, Bram. Als Ausgleichszahlung für Reparationen. Geht das? Irgendwann? Du hättest ja im Stickenklo da sitzen. Das ist echt richtig asozial. Der ist komplett gefangen. Und für früher oder später ertrinken aus. Und der kriegt was. Ja. Hoffentlich geht der da oben. Alle auf den Pedal. Machen die eh schon. Wer merkt das, wer auf dich geht. Ich hab dir bis jetzt nur Sprüche gedrückt. Die drücken dir Schaden. Zwei Runden in Folge die Shotgun, Alter. Das ist verrückt, ey. Pimmel, ey. Pimmel selber. Pimmel selber. So rum. Moment doch, Pimmel selber. Möchtest du dann selber Pimmel sagen? Na, weiß ich nicht. Ja, gönn mir mal Kisten. Danke. Boah. Ich dachte grad vier. Stehst du jetzt im Wasser? Das ist ja stark. Aber ich hab Items für die linke Seite bekommen. Oh, Tele-Tausch? Ja. Tausch mit mir. Wie viel Leben hat denn der? Sieben. Wie viel Leben der hat? Kann ich? Ich kann doch nur mit eigenen tauschen, oder? Nee. Tausch mit mir einfach. Tausch mit Peter. Kannst du mit deinen eigenen Würmern tauschen. Das hat Bram ja auch eben gemacht. Aber du bist da nicht noch mal dran, nur zu Entwo. Was? Ich könnte nicht bewegen. Oh, das war so doof. Ich dachte, ich könnte bewegen noch. Oh, schön. Hm. Du bist da nicht noch mal dran. Leider nein. Leider gar nicht. Oh. Wann mach ich denn jetzt? Okay, pass auf. Wenn ich die Brandbohren da vorne reinschmeißen, dann würde ich die bestimmt, oder? Nein. Oh, ja. Wasser rette mich. Ich hab leider keine andere. Das ist... Ich würd's ja lieber mal ein anderes reinschmeißen, aber dann hab ich nicht. Wasser. Wasser rette mich. Das funktioniert doch. Eine Sternschnuppe. Boah, Alter. Oh, oh. Peter ist schon wieder dran. Da ist wieder ein Machine. Ich bin genau so häufig dran wie ihr, ihr Ficker. Ach, ist das scheiße. Was kommt denn jetzt? Kriegst du den jetzt da runter, oder nicht? Ja. Oh, macht der Feuerpunch? Nice. Oh, was ein Arsch. Nicht nice. Kranker Scheiß, Alter. Okay, der Wasser. Hier geht nur auf mich. Jo, ist wirklich im Wasser. Hast du die, die letzten drei Runden? Ich hab drei Runden gebracht, um dich da runterzukriegen. Boah, noch ein Elektromagnet. Ist ja der Wahnsinn. Jetzt hab ich vier Stück. So, und jetzt Armageddon, komm. Ich glaub, das kann da nicht drin sein, sonst hätten wir das schon längst. Ich glaub, Granaten können da auch nicht drin sein. Genauso wie Bazookas. Vielleicht müssen wir das nochmal machen und dann aber... Hast du eigentlich Bazooken? Alle Sachen drin sein können. Ich glaub' nicht. Ich glaub' nicht. Ich glaub' nicht. Meinst du nicht, dass die Rats der von Bazooka Bazooken ist? Ne, ich glaub' nicht. Bazooka. Das ist auch... Das ist doch auch Kaioken. Victor. Wie viele Miniguns hat'n der hier, seine Uzzis? Der hat eine gerade eng sommelt in den Kisten. Das ist ja gar nicht mehr Peter. Bazookas, Alter. Hört sich richtig scheiße an. Aber das ist richtig, oder? Bazookas ist korrekt, ja. Aha. Okay, was machen wir jetzt hier? Ich hab' dir auch nicht unterstellt, dass das falsch ist. Ich war nur verwundert da drüber. Okay, Bram. Lass nicht den Grünen drauf. Der ist nicht mein Wurm. Okay, Bram. Kann jetzt was? Nee, ich mag dich doch nicht. Oh, danke, Sam. Wie freundlich von dir. Nein! Der ist ja nicht dran. Abram! Ja, aber der hat uns runterfällt. Das fand ich doof. Meinst du, da ist jetzt A-Mageddon drin? Ich glaub schon. Nee, B-Mageddon. Okay. Ach, wird nicht besser hier. Oh, Christian, hi. Ich hab' leider nicht viele Möglichkeiten. Also gar nicht. Einfach rein. Was? Er hat den einfach geschlagen, du Sau. Einfach mit dem Baseballschläger. Ja, aber mehr ging. Ich wusste nicht, weil ich hätte es sonst machen sollen. Ja, Peter wird die Zeit auch langsam knapp. Wie Peter einfach unendlich viele Waffen hat. Der sammelt doch nie Kisten ein. Aber Peter, mach doch was Kluges. Ist das nicht klug? Ist das nicht klug? Das ist klug. Oh, ich hoffe nicht. Feiße, ich wollte aber natürlich den Links treffen. Oh mein Gott, dann mach ich nicht eigentlich. Nein! Nice! Aber das knapp. 4 Damage! Gute Runde! Ja, aber das war eng. Alter, der hat meine ganzen Kisten nicht gemacht. Ich hätte fast den 132er. Du hättest den 17er töten können vor dir. Ja, aber ich wollte den 132er killen mit einem geilen Move. Fick dich sowas von, Peter. Du bist tot. Ja, bin ich auch früher oder später. Nicht alle sterben, Sebastian. Ich glaube, ich stehe auch noch vorher. Asche zu Asche. Ich hab nichts auf der rechten Seite außer aufzugeben. Gold zu Gold. Okay, geil. Das wird mega jetzt. Das wird nicht funktionieren. Nope. Aber du hast doch 7 Sekunden. Ich glaube an sich, aber... Das ist in aller Zeit der Welt. Der kommt doch dran! Ach du Scheiße. Nee, Christian, was machst du denn jetzt für ein Quatsch? Weiß ich... Nein! Einmal zurückgedrückt! Weiß ich nicht. Okay, Peter. Ich muss nur zu dir kommen. Alles andere. Aber... War meine vorletzte Waffe. Aber ich muss da erstmal hochkommen. Das ist ein Problem. Das war vorhin schon scheiße. Da hast du doch eben schon geschafft. Ja, das war vorhin aber auch schon scheiße. Ja, okay. Guck mal. Hä? Was war das denn jetzt hier? Peter, alles ist okay. Ja? Der kann sich immer noch selber töten. Aus ewigen Gründen oder irgendwas. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das fand ich jetzt aber ziemlich fokusmäßig. Peter, warum hast du den auch nicht getötet gerade, als du ihn möglich hattest? Ja, weil ich den fetten da hinten töten wollte. Ja, aber das hast du auch nicht gemacht. Ja, wollte ich aber. Das hat einfach gemacht als dem links unten. Dem hast du viel damage gehabt. Das ist ja trotzdem nicht meine Intuition gewesen. Sepp wird das hier gewinnen übrigens mit deinem. Was soll ich machen? Soll ich mich da hoch teleportieren ohne Teleport? Ja, mal mehr Kisten. Kisten gehören, Bram. Jawoll, endlich. Geil, mit dem Einerwurm jetzt. Aber drauf geschissen. Ab da hoch, endlich. Was hat er denn jetzt? Ich bin gespannt, ob du das schaffst. Oh, krass. Bram ist krass. Ja, aber der schafft den Sprung nicht. Ja doch. Bram hat das doch bei mir auch geschafft. 5, 4, 3, 2, Nein, er tötet ihn. Bastard. Mann, ich musste leider schon früher abdrücken, weil die Zeit war knapp. Ah, guck mal. Blub, blub, blub. Ich hab noch einen. Ich hab nix. Oh, Heilung, Bram. Okay, wie soll ich hier Bram hat das gemacht? Kann ich aber. Scheiße, holt die Heilung da runter. Oh Gott, wie soll es sein? So schnell ist das nicht. Weil da kann halt immer nur Bram. Wie sind da alle anderen zufrieden? Erst nach rechts schwimmen. Jetzt direkt den ersten Linksschwung nehmen und leertest du drücken auf den Weg nach oben. Ne, war schon... Du kannst dich retten, genau. Er ist gerettet aber. Ja. 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 Aber genau so hab ich das gemacht. Ich hab den ersten Schwung genommen und hab direkt wieder drücken. Okay. Das Problem ist, meine beiden Würmer werden jetzt ertrinken. Aber Bram kann halt irgendwie besser. Alle anderen sind leider unfähig. Okay, was hab ich gekriegt? Oh, nice. Ist egal, ich werd dich gleich von da unten machen. Du musst einfach nix tun. Du machst einen Stallträger links neben dir hin und hast gewonnen. Was meinste? Ja, alle anderen werden ersaufen. Außer der eine oben vielleicht. Nee, Bram ist doch noch da. Bram hat doch noch einen mit einem Leben. Ja, mit 51. Ja, dann gönn dir Kisten, bis du was hast da drüber werfen kannst. Der hat ein fucking Leben. Fast schon ne gute Idee, Peter. Wird der da unten jetzt ertrinken? Er wird Schaden bekommen, ja. Oh, da ist ne Kiste neben mir. Das ist schlecht. Oh ne, der links unten lebt noch. Ist das schlecht. Das ist doch ein guter Move da. Okay, komm. Der eine Wurm, der hat 363 Leben. Was machst du jetzt? Kein Platz. Mäb, mäb. Im Wurf zu dem Mal. Aber kreativ, der Bram. My heart will go on! Oh mein Gott, der lebt ja noch. Christian, du hast jetzt den möglichen Daumen reinzuschmeißen. Ich hab mich nicht so ein Sieg, um mich so ein Sieg zu bringen. Ich hab, ich hab Baseballschläger, Drakefaust und Ninja Robe. Lol! Ja, du bist ja safe. Ja. Ninja Robe kommst doch raus. Ja. Wie denn? Hier habt ihr wieder leicht reden, möchte ich mal ganz kurz sagen. Guck mal, wie der das macht. Ah, Schaden. Ich glaub, du brauchst mehr Anlauf. Mitte. No! Oh! Der erste. Also, in dem war es wirklich so, der Schwung mit dem Schuss ist der, wo du am meisten Schwung hast. Ach so, ja scheiße. Ich dachte, man kann noch ein bisschen wippen. So, wie komm ich jetzt hier hoch? Ja, Bram, das kannst du ja nur gewinnen, ne? Das kann ich auch. Ich kann doch noch Zweiter werden, wenn du genau ein bisschen willst. Du bist schon Zweiter. Ach, scheiße. Auch hier. Scheiße. Das finde ich gut. Einmal da hin. Wie kann ich das ändern? Tapp. Tapp. Das wär jetzt schlecht. Das schaffst du. Du hättest dich mit der Wasserbombe töten können, wa? Ah, willst du den Rampebaum? Ja, aber ich will lieber safe stehen für die Wasserbombe. Okay. Uh. Ich brauch die Rampe, um an die Kisten zu kommen, um näher an Bram zu sein, um ihn zu treffen. Na, den musst du jetzt schaffen. Ah, okay. Na, den... Da kommt der hoch, aber ich komm da den Pinnel nicht hoch. Okay, ja. Gleich viel Leben etwa. So. Hm. Bei den Möglichkeiten, die ich habe. Schmeiß halt irgendwann da... Der Magnet. Der ist jetzt... Ja, aber ich hab nix. Ich hab jetzt ne Wasserpistole. Wow. Und ein Maulwurf. Die hätte, glaub ich, sogar... Maulwurf. Hm. Was machen wir jetzt? Die Kisten einsammeln. Gucken, was da drin ist. Was rüber schmeißen. Puzzi. Mine. Elektromagnet. Okay. Geil. Elektromagnet kann man danach noch ziehen, oder? Weiß ich nicht. Let's go. Nein, darfst du nicht. Scheiße. Wie funktioniert der nochmal? Stößt der ab? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja. Aber ich... Ja, du sogar. Okay, komm mal das da drin. Bitte. Irgendwann. Shit, ich lieg... Ich lieg tiefer als Bram, ne? Etwas. Scheiße. Scheiße. Ich mein, das ist schlecht. Ich ersaufe einfach. Das ist schlecht. Ich mach das hier. Ach komm, Alter. Ich hab nichts. Leute, die Magneten. Die machen das. 100 hat der. 101 bitte, ja. LOL! Da kommt mein Sieg. Da ist... Sam, du hast doch auch mal Geld eingesammelt. Kannst du dir nichts kaufen? Nur 10. Bereich 10. Ja, das ist mir jetzt egal. Jetzt kannst du mich da runterspülen. Jetzt kannst du mich gerade treffen müssen, als ich noch 1 AP hatte. Oh, was? Nice. Aber auf ins Gesicht, Junge. Basuka kostet 10. Basuka kostet 10? Basuka kostet 10? Aber die tötet ihn jetzt nicht mehr, ne? Ey, aber vorher! Ja, das wär vielleicht super smart gewesen, Peter. Granate kostet 10. Totgen auch. So hab ich dann immer nur geguckt nach den geilen Sachen, dass ich mir die nicht leisten kann. So ne Basuka hättest echt getörnt. Das stimmt. Okay. Dann haben wir jetzt noch Zeit. Ah. Nice. Das sollte ich mir einfach sparen. Noch mehr Minen und Maulwürfe brauch ich echt nicht. Vielleicht könnte da vorne aber... Oh, ich hab ne richtig gute Idee, das werd ich probieren, wenn das nächste Runde noch geht. Wenn du mit der Basuka triffst, explosieren wir noch die Kisten, oder? Das wirst du nicht übernehmen. Oh, das schaff ich nicht. Das schaffst du nicht. Ne, wenn du durchhängst... Du bist im Wasser. So schnell kannst du das Seil nicht ranziehen. Du kannst das machen, hab ich gewonnen, das ist auch lustig. Das ist auch lustig. Tiefer. Alter, 4 Schaden. Sehr gut. Leben angeglichen. Das gibt's doch nicht. Okay, der Magnet geht noch ne Runde. Geil. Okay, scheiß drauf. Jetzt hab ich gewonnen. Was hast du gewonnen? Ja, ich wollte erst gucken, ob ich mit dem Magneten den Magneten benutzen kann als... Als Schussbahn für, ähm, Minen. Weißt du? Ah, drauf drücken. Genau, aber jetzt hab ich ne Lenkrakete gefunden und deine... Okay, ne Lenkrakete ist belastend. Und dein Magnet ist gerade ausgegangen. Mhm. Das... Seh ich als... Hochqualitative Chance an für mich. Ach komm, Alter. Bitte, 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 bitte. Nein! Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. So, das war noch eine wundervolle Folge Wurms. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.